Ich möchte euch zeigen, wie ihr so tolle Hintergründe, Karten, kleine Mitbringsel oder Freudenmacher gestalten könnt. Und zwar braucht ihr dazu Aqua XXL von unserer Maramal-Palette, ein Feuchttuch und Designkarton oder Kopierpapier, je nachdem, was ihr gestalten wollt. Mit dem Feuchttuch und dem Finger nehme ich mir Farbe von der Maramal-Palette und wische so über meine Schablone, unter der mein Designkarton-Kartengestaltungspapier liegt. So habt ihr ratzfatz ganz viele Hintergründe, wo man dann nach Bedarf nur mit unseren Stempel und den Inkpads einen Schriftzug dazustempeln kann. Ich habe da Karten gestaltet mit dem Designkarton oder mit dem Kopierpapier die Banderole für eine Schokolade. Die macht sich natürlich total gut in kleine Geschenkboxen oder in unseren wunderschönen Bilderrahmen, diesmal mit einem anderen Spruch. Einfach als kleine Erinnerung an euch alle.